hallo meine lieben herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem youtube kanal ich bin's stefan von limitx.de heute zeige ich euch wie man mit final cut pro x einen multicam clip erstellt wie man den schneidet wie man den synchronisiert ich benutze dafür drei externe quellen zwei video quellen und eine audio quelle ich synchronisiere die multicam clips immer über die audio synchronisation dazu muss es in den dateien immer ein eindeutiges merkmal geben wo final cut das synchronisieren kann aus dem klassischen film kennt man das mit der sogenannten klappe ich mache das einfach immer durch hände klatschen wie ich das jetzt zum beispiel mal mache dafür hat man dann in den audio dateien immer so piks drin an denen sich final cut dann orientieren kann wir gehen jetzt hier direkt am arbeitsplatz in final cut pro x rein und ich zeige euch wie einfach das ist multicam clips zu erstellen los geht's so meine lieben ihr seid jetzt hier mit mir auf meinem desktop ich habe meine externe ssd angeschlossen auf der ich meine mediatheken ablege und auch direkt dort bearbeite ich öffne hier mal das projekt für den multicam edit und hier seht ihr ich habe insgesamt drei quellen aufgenommen und zwar einmal das video 1 mit der sony a7c inklusive audio aus dem internen mikrofon das seht ihr hier einmal video spur audio spur dann einmal video 2 mit dem iphone 13 pro mit dem audio aus dem internen mikrofon seht ihr hier auch video und audio spur und einmal eine separate ton spur mit dem tascam porta capture x8 audio recorder den verwende ich meistens mit dem komiker wimo c funk mikrofon am anfang einer jeden spur seht ihr hier die klappe die ich durch klatschen generiert habe die final cut dann zur synchronisierung per audio verwendet wichtig ist dass ihr alle quellen jeweils mit audio aufnehmen damit feine katholik dann auch das audio entsprechend zur synchronisierung verwenden kann vor erstellung des multicam clips solltet ihr jeder kamera oder jeder datei einen kameranamen zuweisen das macht ihr indem ihr einmal die datei aktiviert hier in der übersicht und dann rechts auf den video inspektor geht da kriegt ihr einmal die details angezeigt zu dem video und dann habt ihr hier die option ein kameranamen zu vergeben den könnt ihr beliebig benennen ich nehme immer a b c d e und so weiter die erste video quelle habe ich hier mit a benannt die zweite video quelle mit kameranamen b und die ton spur habe ich mit kameraname c benannt jetzt wählt ihr einfach die dateien aus die in dem multicam clip auftauchen sollen und könnt jetzt mit der rechten maustaste auf einen markierten bereich in dem submenü einfach neue multicam clip auswählen könnt hier einen namen vergeben ich nenne den mal multicam demo könnt ihr einen beliebigen namen nehmen und ich verwende audio für synchronisierung dann bestätige ich mit ok der clip wird synchronisiert und ich habe hier ein multicam demo clip jetzt könnt ihr hier im viewer ja die timeline vorschau sehen ich möchte das jetzt aber ändern auf meinen multicam clip ich klicke hier oben rechts auf das darstellungs symbol und lassen wir die kameras einblenden dazu muss ich hier den multicam clip einmal aktivieren jetzt seht ihr hier ich habe kamera a mein video mit ton dann habe ich hier kamera b video mit ton und dann habe ich hier auch sozusagen video mit ton kamera c nur die ton datei ich möchte jetzt aber immer nur das bild wechseln und dieselbe audio quelle verwenden nämlich von meinem externen recorder wo ich die reine audio spur aufgezeichnet habe nun habe ich hier oben links die möglichkeit video und audio zusammen zu wechseln beim umschalten der kamera ansicht oder nur video zu wechseln oder nur den ton zu wechseln von a b oder c ich möchte das video wechseln also aktiviere ich dieses icon mit den tasten 1 und 2 auf der tastatur kann ich jetzt zwischen a und b wählen wobei 1 a ist 2 b 3 c 4 d und so weiter und so fort ich drücke jetzt mal zwei dann seht ihr einmal hier im vorschaufenster dass es auf kamera 2 wechselt und dieser diese kamera wird hier blau hinterlegt ich wechsel auf kamera 1 da könnt ihr sehen ich habe jetzt 1 aktiviert im viewer kommt die vorschau der kamera 1 und so kann ich jetzt mit 1 und 2 einfach immer umschalten ich ziehe jetzt den multicam clip einmal hier unten in meine timeline rein ich möchte ja grundsätzlich dass immer nur die audio quelle von der externen genutzt wird also kamera c wenn ich den clip hier unten jetzt aktiviere in der timeline seht ihr hier oben rechts im inspector die aktive video kamera sa und die aktive audio kamera ist auch das heißt der ton kommt jetzt auch von der sony a7 c ich möchte aber kamera c haben meine nur ton spur wechsel hier auf c das habe ich jetzt gemacht wenn ich den clip jetzt abspiele kommt das bild von der kamera und der ton kommt jetzt von der externen audio quelle wenn ich jetzt die videos umschalte bleibt immer die ton spur c und nur das bild wechselt zwischen kamera kamera b ich mache das mal hier hinten wo ein bisschen bewegung im bild ist dazu spielt ihr jetzt den clip einfach ab und im laufenden betrieb könnt ihr das ganze umschalten ich spiele ab jetzt drücke ich die taste 2 auf der tastatur schalte um auf die iphone kamera drücke wieder die 1 jetzt schaltet er wieder oben auf die a7 c also kamera a drücke 2 1 2 1 2 1 stop so jetzt seht ihr hier unten in der timeline jedes mal wenn ich die kamera wechsel setzt final cut automatisch einen schnitt die ton spur bleibt immer c ich markiere hier mal diesen clip abschnitt und dann seht ihr im inspector hier habe ich die aktive video kamera aktive audio kamera c hier habe ich umgeschaltet in diesem clip auf die kamera b seht ihr hier im inspector aktive video kamera b audio kamera bleibt c so das war die kleine einführung in multicam edit mit final cut pro x ich hoffe ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen oder zumindestens ein anstoß geben wie man damit arbeitet über konstruktive kommentare oder anderweitige kommentare freue ich mich bitte lasst mir unten ein like da wenn euch das video gefallen hat ich freue mich aufs nächste mal vielen dank fürs zu sehen bis dann euer stefan von limit x